Hallo alle, ich war vor einigen Tagen in Isaron auf den Eisenwald Trails unterwegs. Dort sind wir ein paar mal die Schmelzbahn abgefahren, danach einmal noch Pump Track und den Downhill. Beides für mich schon sehr herausfordernd, wie ihr im Video auch seht. Ich habe vor Ort tolle Menschen kennengelernt, die einem ein bisschen eins gezeigt haben und auch mal einen anderen Weg gezeigt haben. Das war sehr schön. Jetzt die Spaß mit dem Video und wie immer lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr wollt. Danke. Oh. 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 Ich bin jetzt hier. 1 Oh alles gut ja nur abgestiegen alles easy konnte ich mich abfangen lenker schief es ist es ist es 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, 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 oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh 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 Ach du Scheiße Oh 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 Da kommt einer von oben Oh 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 Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020